yo 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 was geht ab ihr limmels herzlich willkommen zu einer weiteren folge von ich bin natürlich wieder solo unterwegs und ich gucke gleich mal was auf der gegenüberliegenden seite so team technisch abgeht das ist ein nicht so schöner double commit aber passt schon so wir sind alles random ist nice aber da lasse ich ihn mal pushen macht keinen sinn dass ich damit push man soft touch in die corner und uns den boost noch und im idealfall noch den ball hat nicht funktioniert mit dem ball dann holen wir uns die demo und den boost und unser dritter pusht auch wenn er letzter man es ich habe übrigens mir jetzt den den blocker den ich in chrome installiert habe der bei youtube sehr gut funktioniert jetzt auch mal auf firefox installiert sollte also eigentlich keine werbung mehr geben ich habe auch gerade einfach mal testweise den song gewechselt und hatte keine werbung und soft touch okay alles klar da hat auf jeden fall jemand absolut keine geduld nope da gehe ich nicht hin so jetzt kommt spawn no leider nicht schöner schuss das war dezent close nein das war nicht close fuck ich bin halt nicht warm da also so dann bieten wir uns mal hier auf der anderen seite an okay besser nicht okay das ist nicht so geil das ist erst recht nicht geil oh mein gott das ist auch nicht geil oh cool das wiederum war schon geil da brauchen wir einfach nur darauf zu warten dass er den ungeduldig weg spielt das ist mal den corner booster einen der mates später hätte ich seinen scheiß miss vorher gelesen abbrüchen wir einfach nur noch ein bisschen stress und legen wir den jetzt vor das tor relativ okay dann sammeln wir hier die pets ein haben wir eh noch eigentlich insgesamt genug oh mein gott egal war trotzdem wichtig schussweg zugestellt okay interessant ich habe schon so eine vermutung wer das war ich gucke jetzt nicht nach links ja warum cuttest du da digga es ist so dämlich alter der typ möchte mal ein og gc gewesen sein alles klar digga noch mal einen soften touch okay den übernimmt er das nicht so gut nicht gut nicht gut shit dezent zu weit nach außen geflippt dadurch da kriegen wir einen banger hin ja der ist drin in unserem netz wird früh gefreut ich lasse mal den boost einfach ein pass in die mitte weil ich kann damit nichts anfangen einfach habe ich zu wenig boost sehr schön weg weg oh man oh man oh man oh man nach vorne zu fluffy er wird nicht spawnen naja egal sammle ich hier die pets hat eh keine auswirkung mehr ob wir jetzt noch ein tor machen oder nicht kann man einfach droppen lassen ich glaube wir hatten schon einen song wechsel ne also ja ublock origin für jeden der kein bock auf youtube werbung hat ist der way to go na immerhin sind wir den voll spaß die los geworden tja selbst schuld idiot ich bin vom stick abgerutscht alter so richtig räudig äh nö noch mal die pets hier mit dann haben wir auf jeden fall noch ein bisschen okay cool was ist denn los mit den leuten alter warum sind die alle so viel am schneiden cool danke sehr gute demo und krieg dann rein schade ich wollte die nochmal gegen ceiling klatschen damit er dann schön direkt vor dem tor landet schöner save scheiße jetzt hat er gespawnt meine güte da müssen wir ein bisschen zeit spielen nicht gut er ist drin so schnell bist du nicht smoky der ist so eine scheiße hier hätte ich anders mitnehmen müssen sehr gut hast du denn sehr schön das ist jetzt nicht gut nah schade Das war's. Das ist komplett deiner. Oh Gott, das wäre meiner gewesen, aber ich hab absolut verkackt. Okay. Und dann nicht mal treffen. Jesus. Nice. Eigentlich würde ich in Dämonen aber... So wenig Speed für gehabt. Oh Gott. Oh, fuck. Ich mach mal den Corner Boost. Ja. Nein. Schön ins Play. Ähm, das war Partie Nummer 2, ne? Ja. Ich glaub zumindest, das war die erste, die zweite. Gut. Er findet noch keine Lobby. Das heißt, wir sehen uns nach einem kurzen Schnitt für die nächste Partie. Bis gleich. So, Partie Nummer 3, das Finale für die heutige Folge. Wir haben Fluffy erneut wieder bei uns. Also der Dude ist die ganze Folge über bei mir im Team. Und bisher sind wir stat-technisch bei einem Sieg und einer Niederlage. Gucken wir mal, dass wir jetzt einen zweiten Sieg draus machen. Passt zu ihm. Er sieht's nicht, schade. Nice. Ah, okay. Den Boost krieg ich nie im Leben vor ihm. Oh, ich dachte, er geht jetzt auf Demo. Oh mein Gott. Sehr schön. Da müssen wir ein bisschen trotzdem defensiver hier stehen. Ah, kacke. Noch früher reinflippen müssen für... Sehr gut. Nice. Gehen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Jetzt positioniere ich mich hinter ihn. Gehen wir weg. Nope. Hier ist Gott nicht. Zumindest noch nicht. Oh oh. Ne, Fluffy hat das. Easy. Sehr gut. Schade. Da wollte ich einfach ein bisschen stören gehen. Das ist Fluffys Ball. Ah, warum geht er da hin? Fluffy? Oh, nicht gut. Grappen wir uns den Boost. Ah, der ist eh drüber. Ja. Ach, man. Relativ soften Touch. Okay, scheiße. Ah, okay. Nicht gut. Mal wieder umdrehen. Nö. Ah, schade. Hat zwar geklappt mit dem Pinch, aber leider nicht auf deren Tor. Schade, nicht genug Bums hinterbekommen. Was? What the fuck? Alter. Das könnte doch original so ein Bundesliga-Tor einfach sein. Da bieten wir uns mal hier in der Mitte an. Da flippen wir nicht rein, weil wenn ich da rein flippen würde, dann ja. Da wäre der Ball erstmal komplett von meinem Auto weg. Ah, ne. Ne, da pushe ich nicht. Ich hole mir deren Corner-Boost. Ist vielleicht blöd, aber ich mache es trotzdem. Oh, schön gemacht. Das ist, wenn der dann verkacken würde, dann haben wir wenigstens Zeit, nochmal einen Schuss zu machen. Nice. Und damit würde ich sagen, wir enden wir die heutige Folge. Und wie es weitergeht bei Ranked, seht ihr dann in der nächsten. Bis dahin, haut rein. Peace.